Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge Factorius Curia mit mir, eurem Illyria und mit Hiski LP in einer Streamaufnahme. Guten Tag. So, wir gehen jetzt noch ein paar Nest beseitigen. Eigentlich wollten wir diese Folge wieder ganz normal weitermachen, unsere Arbeit. Aber, genau, aber Hiski hat gerade festgestellt, das U. Das U, ich habe U festgestellt. Haben wir es auch geklärt. Nice. Ja, hier. Hier ist ja festgestellt, dass unsere Basis aus einem Nest wahrscheinlich in einem dunklen Bereich angerufen wird. Wo, das Eisenerz? Ja. Oh, die eine Eisenkirche. Oh, das sind nette Sachen. Lass das doch mit den Robotern abbauen. Ja, könnte ich. Dass du es immer so kompliziert machen musst. Ja, ich bin kompliziert. Und zack, hauen sie ab. Meins. Oh, jetzt weiß ich, warum es genug ist. Oh, egal. Noch mehr Sachen für mich, für uns, für was auch immer. Alles, alles. Sogar Territz-Fäsche. Yay. Ja, deswegen gesagt. Ach, die haben den Turm hier platt gemacht. Zack. Nice. Und noch mehr zu. Und hier, was ist denn noch mehr? Holy shit. Noch mehr Zeug. Nein, ich kann nicht mitnehmen. Ich will mitnehmen. Uh. Äh, Solarpeil. Kannste einmal nicht hinzufügen. Inventar ist voll. Ja, gut. Ja, solange sind die echt voll. Sollen die Sachen nicht automatisch repariert werden? Hm. Irgendwie passiert das gerade nicht. Hast du kein Läufer-Turm-Rudel mehr? Ja doch, nö, nö, hab ich schon. Hab ich auch noch welche, genau. Zack. Das wird doch alles mit mir. Nach dem Nest müssen wir wirklich aufhören. Unsere Taschen sind sowas von überfüllt. An Festbrennstoff. Was? Festbrennstoff? Ach du Scheiße. Äh. Ja, da ist das Nest. Aha, was haben wir denn hier? Wieso, hast du mir das Eis dazu geschoben? Meine Fresse. Was? Nein. Ich doch nicht. Doch nicht. Kommst du darauf, Hisky? Brennstoff. Hisky, kommst du darauf? Weiß nicht, ich kenn dich. Äh, du hast die Kroge voll. Ja, das ist das sogar, was absorbiert, ja. Schon wieder Montagemaschinen. Äh, wir kriegen echt viel raus, ist doch gut. Ja. Ja, nur in der ersten Stufe schon. Oh no. Was? Kommst du bitte, Nest? Ja, ich bin unterwegs. Kommt von links, ja, ne? Oder ich erscheine von links, je nachdem. Wie dir beliebt. Zum Angriff. Ey, nicht mich. Ich mach nichts. Ja, aua. Tut doch ein bisschen weh. Ja, so ein bisschen. Kannst du dir verriert, erst nicht hinzufügen, ein Wirtar ist voll. Ich hoffe, mir Sachen zuzuschieben. Ich will die Sachen haben, die hier rumstehen. Ja, schön, dann helfen wir lieber hier mit, beim Angreifen. Mach ich doch. Ja, machst du voll, du stehst nur hier rum. Meine Bots sind gerade, sind gerade zugange. Ja, deine Bots, ich sagte du, nicht deine Bots. Warum soll ich Arbeit des Fußvolks verrichten? Nein. Ja, das ist doch gar nichts mehr, das ist in Ordnung. Quatsch. Moment, gleich, insofort da. Oh, gute Arbeit. Nimm das hier weg. Wie machen wir nochmal die, äh, das, wie, wie, äh, Schiff, 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 achso. Schiff, du, war das. Äh, noch irgendwas? Ich kann dir die nicht geben, oder? Nee. Haha. Sag nicht toll. Ich guck nur, ob ich irgendwas geben kann. Nein, kannst du nicht. Ach, doch, konnte ich. Sachen, die ich nicht, boh, die, boh. Ich geh jetzt nach Hause, lauf damit. Ich hab dir nur Steinmauern. Ach so. Ach, ja Gott, in deiner, ja. Eternal catch green. Aha. Bisschen Sachen umtauschen. Oh, 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 was haben wir denn hier? Ne, das wird zu viel. Ne Motoreinheit, alles klar. Zack, guck mal, hast du. Bisschen mehr Platz am Mittag. Oh, danke. Bitte. Hast du den ganzen Müll entcraftet, ne? Ne, ne. Ich hab mir nur Sachen von dir genommen und dann, äh, ne, gestackt und dann wieder und so alles. Ja, das ist gut. So. Tut, 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 tut. Gut, dann können wir nicht mehr bitte darum, dass die, äh, hier mit ganzen Munitionen alle versorgt sind. Weil oben, am oberensten sind halt eben, äh, die leer. Ja, stimmt, der Turm ist jetzt einfach weg. Genau, weil, weil absolut unbrauchbar. Hatte zu viele Bugs. Ja, die uns das Leben schwerer gemacht haben. Allerdings. Hat nichts gebracht und hat uns nur, ja, Müll gebracht. Allerdings. Sehr schön. Äh. Wieso wird das hier nicht bearbeitet? Kein Sauerstoff, weil, kein Sauerstoff, weil... Ja, die Tanks voll sind, ja. Das wird z.B. leeren, dann kann ich das hier besser machen. Oh mein Gott, wenn man raufklickt, man sieht sogar den Inhalt des... Oh mein Gott. Oh, ist das geil. Inhalt des Rohrsystems und so alles. Das wusstest du nicht? Nö, das kam erst kurz hinzu, also von daher... Äh. Inhalt des Rohrsystems ist schon älter. Das ist schon eine sehr alte Funktion. Nee. Doch. Das gesamte Rohrsystems, das ist noch nicht so, äh, jung. Doch, natürlich. Ich kenne die Funktion schon sehr lange. Ich nicht. Ich... Whisky. Ja, dann habe ich nie darauf geachtet, weil ich es nie gebraucht habe oder so. Keine Ahnung. Hast geschlafen. Äh, kannst... Hm? Was? Kann ich? Kannst du was mit dem einfachen Datenspeicherkern anfangen? Ich habe davon zwei... Ich habe davon 23 in der Tasche. Ja, sicher halt. Achso, die Kiste ist ja im Weg. Ist auch sehr voll. Aber eigentlich kann Eisen so alles bricht... Oh. Oder? Äh. Ja, gut. Wir haben hier ein Problem. Klitzekleines Problem. Klitzeklitzeklitzeklitzeklitzeklitzeklitzeklitzeklitzeklenches Problem Ok Und zwar unsere Kohle Wie so, was ist da Kohle? Ja, was wohl? Leer? Natürlich Verdammt Deswegen müssen wir die andere Kohle mal schließen die wir da oben haben Man refere die Taschen frei Ja, wir haben echt nicht mehr viel Kohle die kohle ich stehe gerade vor 782.000 das wo ja bringt uns was deswegen habe ich gepinkt wir müssen die endlos variante da ist nämlich auch wasser mit dabei die kannst du mit wasser einfach abbauen die endlos variante haben wir endlos kohle müsstest du bloß anschließen das wäre kein problem kein problem ich hole fließbänder und fangen an zu zapfeln ich habe dir auch ein paar elektrische erzfälle gegeben die ich immer im inventar hatte sehr gut danke deswegen kümmer ich mich mehr darum sehr schön so noch irgendwas ammonium und das bieterz du lässt die kohle aus der großmodular chest zurückfließen muss ich sonst gerade sonst haben wir keine materialien mehr ja gut weil cellulosefasern kommen auch nicht mehr ja ach nee was ich vorte und so alles ach da oben sieht man jetzt so die wir eine neue mod drin wie viel hier was herstellt 3 pro sekunden ja gut in minuten ja in minuten ist das vielleicht einfacher mit zu rechnen weil die zahlen größer sind die kann man dann einfacher teilen und so alles in sekunden da kann man ja gucken okay ich habe 20 maschinen wie viel stellen die pro minute her wie viel brauche ich dann von der anderen das macht schon einfacher so wie gesagt ich wollte mich ja um die das papier algen etc kümmern deswegen ist es ja nur so eine entus kraft system was ich hier drinnen haben muss nur mal das ja das verbinden aber ich habe diese schöne friedliche faktorie musik ich habe etwas bedrohlich so wie viel wasser verbrauchen die pro minute ach doch die habe ich auch etwas bedrohlich años gemacht so in dem 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 100 wasser pro 350 sekunden ich kann ja dass der es geist viel habe ich das ist ein problem dann weiß ich hier gerade nicht über das wasser zu kommen woher könnte es vielleicht knapp funktionieren oder ich muss ja über das wasser kommen wir haben noch genug noch möglichkeiten die unter der hohe reichweite genug das hätte ich gleich sehen nein hier geht es nicht oben schaffst du es dann auch nicht oder nein nein das ist sehr gemis gerade da musst du 11 von den safari zu kohle machen das ist gerade richtig scheiße oh gott ja ne wie machen wir das jetzt am demnächst tja gute frage ich gucke gerade noch also theoretisch wäre die einzige möglichkeit dann wahrscheinlich doch durch c h i a t und da bin ich ein feind von ja ich weiß deswegen sagt hier theoretisch c h e a t ist für mich keine option dein rohre bauplan also oups hat keiner gesehen doch ich hab's gesehen was dann weiß ich nicht irgendwas ist doch nicht ja gut obwohl ich kann ja nicht op das war mal i ist das ok äh für eine reichwelle ging schon egal trotzdem nicht so ich will überlegen was kann ich noch machen ja Arschkarte haben im normalen gelben Fließbänder haben die nicht eine etwas größere Reichweite nein die haben sogar eine geringere noch geringer ach du Schande ja ich hab's eingestellt dass die Grauen nachdem eine höhere Reichweite haben außer die Mod funktioniert mal und das sagt jetzt dass die Gelben doch eine höhere haben ja ich bin gerade unterwegs und guck mal nach so einem Teil ich glaub so was haben wir gar nicht das heißt verarbeitet was das heißt verarbeitet wieso verarbeitet wenn du sagst so ein Ding haben wir nicht weil ich bin mir sicher wir hatten mal so ein Ding naja sowas haben wir nicht warum sollten wir sowas haben wir hatten die nie shit wir hatten nur die Teiler Fließbänder und die normalen Fließbänder davon aber die unterirdischen hatten wir nicht oder haben wir nicht aber wieso verarbeitet 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 habe ich mir gemeint für irgendwohin verbaut ach so nö nö haben wir nicht definitiv nope es ist echt die Rest des Fragen wie kriegen wir das Zeug oder mit ganz ganz viel Arschkarte wie schon gesagt die einzige Möglichkeit wäre dass wir das Fließband für unseren Steratit drosseln hab ich ja gesagt dass wir weniger Eisen kriegen das wäre immer eine Sache die es wäre eine Option ja es wäre eine Option und ich befürchte genau diese Option werde ich leider machen müssen oder wir stellen ein dass die Fließbänder noch eine höhere Reichweite haben so als Notbehelf Lösung erstmal das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit ich glaube das wäre du wärst damit einverstanden ich wäre damit einverstanden äh als Notbehelf wäre ich damit einverstanden ja ja Distanz Steigung für Unterdurchfließbande pro Stufe ja dafür müssten wir ganz kurz mal ins Hauptmenü gehen ja die Folge ist sowieso immer zu Ende ich würde sagen wir warten bis die Folge ganz was kürzer genau genau Tja was sollen wir sagen liebe Zuschauer wir haben keine Kohle mehr wir haben gerade kaum Möglichkeiten noch Kohle zu transportieren deswegen verabschieden wir uns in dieser Folge etwas eher von euch wir hoffen wir hatten auch einen Spaß genauso wie wir wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dahin Ciao Leute und falls euch der Part gefallen hat lasst doch ein Like da schaut auch bei dem Lyria vorbei ist bei mir in der Videobeschreibung verlinkt oder schaut bei mir Hiski vorbei ist natürlich in den Lyrias Videobeschreibung verlinkt und wir hören uns in der nächsten Folge wieder bis dahin Chirio bis dahin